Hallo liebe Siedler, so seit kurzem gibt es das Entwicklerhandbuch für das Jubiläumsevent 2023 und hier gibt es gleich ein paar Änderungen. Also hier dauert das Event nicht mehr drei Wochen, sondern nur mehr zwei Wochen und drei Tage. Denn nach den zwei Abgabephasen, die hier vom 14. bis 21. sind und dann vom 21. bis 28. Montag, läuft das Event dann noch bis zum 31. Donnerstag und nicht mehr bis zum Montag. Das haben Sie hier jetzt einmal geändert. Also das heißt jetzt auch, wenn ich das jetzt hier zeige, also nur mehr bis zum 31. August. Dann die erste Phase, das kann ich hier schon ändern, die wurde auch schon gezeigt. Die erste Phase wird einmal sein mit 200 Millionen, Abgabe an Ballons. Das steht auch schon irgendwo hier da und die Geschenke dafür, da kommen wir dann gleich dazu. Da ist jetzt alles ein wenig anders. So, dann hier ändert sich nichts. Hier bleibt alles gleich. Questketten bleiben auch, bleibt auch alles gleich. Dann hier. Wir haben den Kalender erneut mit neuen und veränderten Belohnungen überarbeitet. Also da gibt es auch etwas Neues. So, hier wird das ganz genau gezeigt. Der Kalender an und für sich. Auf den gehen wir dann auch noch einmal ganz schnell rein. Da gibt es nämlich auch was, denn hier steht es schon. Vor allem die letzte Tür für eine brandneue Überraschung aus diesem Event, ja. Diese brandneue Überraschung, das kann ich euch jetzt gleich sagen. Das werde ich euch auch dann sagen, denn das ist dann fraglich. So. Was gibt es hier an Abenteuer neu? Der nebelhafte Kuchen ist wieder hier. Das habe ich eh schon angegeben. Belohnungen, also Erfolgspunkte gibt es plus 100, also mal 2 kann man das rechnen und die Beute mal kann man mal 3 rechnen. Dann, und jetzt wird es ein bisschen komisch, denn meine Angaben hier oder auch die Angaben der anderen, die das schon am Testserver gespielt haben, diese Angaben hier sind vom Testserver. Also das waren die Belohnungen genauso am Testserver. Ja, und die wurden aber jetzt nicht, so wie auch schon im Jahr davor oder davor, die wurden jetzt nicht 1 zu 1 übernommen, ja. Also das heißt, da passt irgendwas nicht, nämlich, weil hier bei der Arena steht schon einmal, also es ist die neue Entdeckerin, dass die jetzt in der Community-Quest ist, ja. Und das ist so zu verstehen, das hier sind die Abgabe-Quests, das hier sind die Community-Quests und das da herunten, das sind die Herausforderungs-Quests, ja. Und hier steht jetzt Community-Quest, ja. Also das heißt, die Rina wird es dann nicht, so wie ich es hier angegeben habe, so wie ich es hier angegeben habe, hier in den Abgabe-Quests sein, sondern die wird da irgendwo sein, weiß ich aber nicht wo, ja. Ja, also das ist einmal hier die erste Änderung, dann hier gibt es auch eine Änderung, die Generalin Großmaul, die gibt es jetzt nicht mehr als Belohnung. Viele werden jetzt sagen, ja Gott sei Dank, aber es gibt auch kleine Level, die hätten gern einen General, ja. Also kleinere Level hätten gern einen, ein größeres Level sagt Gott sei Dank nicht mehr, ja. Nur das Problem ist, es gibt auch, es ist auch nicht ersichtlich, ob es einen anderen General gibt, also es gibt gar keinen General, ja. Es gibt keinen jungen Zwilling, keinen älteren Zwilling, gar nichts, ja. Und da weiß ich jetzt auch nicht, ob das so richtig ist oder nicht, oder ob das stimmt, oder ob doch irgendwo ein General dann auftaucht im Community-Ziel. Denn wir hatten ihm, wenn ich da jetzt ins Jahr 22 gehe, hatten wir immer einen Generalbäuer, hier General Großmaul, Edeka, Geologe. Und auch im 23er Jahr war es auch so, wir hatten immer einen General, Geologe, Geologe und den Deka, ja. Ja, heuer sieht das eher so aus, dass wir hier haben werden, Geologe, Entdecker, 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 Geologe vielleicht auch irgendwo einen, ja. Aber statt ein General, einen Entdecker ist halt auch, ja, auch nur für vielleicht, aber gut, ein großes Level da, der schon vielleicht 130, 140 Entdecker hat, der sagt auch, gut, brauche ich auch nicht unbedingt kleinere. Kleinere freuen sich, ja, aber die würden sich über einen General genauso freuen, ja. Aber schauen wir jetzt einmal weiter, ja, also die gibt es jetzt heuer nicht mehr. So, dann, dafür gibt es aber hier diesen königlichen Entdecker einmal im Community-Ziel, den hat es aber auch voriges, ja, da, den hat es aber auch voriges Jahr gegeben. Wo bin ich denn hier rum? Voriges Jahr, ich vergleiche das nämlich immer mit den Jahren davor. Und voriges Jahr hat es den nämlich auch gegeben. Wo ist er? Da. Hat es ihm auch als Community-Ziel gegeben. Heuer gibt es den auch hier als Community-Ziel. Dann gehen wir weiter zum raffinierten Geologe. Den hat es in der Abgabe-Quest gegeben. Voriges Jahr in der Abgabe-Quest. Und heuer soll es den jetzt auch in der Abgabe-Quest geben. Und zwar nämlich genau da, wo ich jetzt hier, wo es am Testserver hier diese Rina gegeben hat, ja. Also das heißt, die Rina, die wird es dann irgendwo da herum geben. Und den raffinierten Geologe wird es dann wahrscheinlich wieder hier geben, ja. Das ist aus dem Jahr 2022. Genauso wie aus dem Jahr 2021 war die Belohnung auch schon so. Dann wird es den wahrscheinlich jetzt wieder hier geben, ja. Werde ich aber jetzt noch nicht ändern, weil ich nicht genau weiß, ob das so auch stimmt, ja. So, dann gehen wir weiter. Ja, das war mal der, dann der Forsche-Entdecker. Hier, den Forschen-Entdecker gibt es dieses Mal nirgendwo. Hier hat es den Forschen-Entdecker auch nicht gegeben. Das passt, ja. So, dann gehen wir jetzt weiter. Der General Zitterbad, den gibt es auch nirgendwo in einer Belohnung. So, und hier haben wir die fleißige Geologin. Die gibt es auch nirgendwo. So, dann haben wir hier dieses Neugebäude. Und das ist jetzt an die erste Merkwürdigkeit. Diesen riesigen Baum der Hoffnung, ja. Den soll es hier einmal als Community-Quest geben, steht hier. Aber, wie wir ganz oben schon gelesen haben, gibt es hier ein Geschenk im Kalender. Und zwar ist das hier gestanden, falls ihr euch noch erinnern könnt. So, hier steht nämlich vor allem die letzte Tür für eine brandneue Überraschung aus diesem Event, ja. Also die brandneue Überraschung dürfte hier jetzt sein, denn es gibt auch eine Seite, wo hier schon so dieser Kalender steht, was es alles geben wird. Und hier steht riesiger Baum der Hoffnung. Das heißt, ich bekomme hier diesen riesigen Baum der Hoffnung einmal im Kalender und einmal als, also Tag 14, hier ist das so geschrieben, Tag 14. Aber, ich bekomme diesen Baum aber auch, und das steht ja hier dabei als Community-Ziel, ja. Das steht ja hier einmal als Community-Quest, ja. Das heißt, einmal hier und einmal im Kalender, ja. Also, kann ich fast gar nicht glauben, dass man den zweimal bekommt. Aber, wenn man den zweimal bekommt, bitte warum nicht, auch schön, ja. Dazu, so viel einmal dazu. Dann gehen wir jetzt weiter. Dann hier, das ist das nächste. Dieses Ballon-Markt-Tribut gibt es jetzt anscheinend auch in der Community-Quest, ja. Also hier herum und nicht hier als Abgabe. Denn am Test-Zerror war es hier als Abgabe-Quest. Und dann wird hier wieder das Mörtel-Tribut, also die Mörtel-Fabrik sein, ja. Denn im Vorjahr war hier eben diese Mörtel-Fabrik. Und heuer war eben in der Quest am Test-Server hier dieses Ballon-Tribut, ja. Und wenn ich jetzt hier weitergehe, hier sind jetzt dann eben diese ganzen Deko-Dinger. Und jetzt habe ich hier diese Mörtel-Fabrik und hier steht Abgabe-Quest, ja. Also ist anzunehmen, dass Mörtel-Fabrik, also wenn hier Community-Quest steht, dass die ein guter Herum sein wird. Und hier Mörtel, die Mörtel-Fabrik wird wieder hier sein, ja. Und hier haben wir ja auch noch ein Tribut. Ich glaube, das ist das Ölmühlen-Tribut. Dann können wir uns jetzt auch noch einschauen. Buchbinder-Tribut. Das Ölmühlen-Tribut steht hier jetzt auch, Abgabe-Quest. Und das ist eh gleich geblieben. Das bleibt eben hier, ja. Also Ölmühlen-Tribut, das wird eben hier bleiben. Na gut, das war es jetzt einmal von dem. So, dann haben wir noch etwas, nämlich... Und zwar war da noch irgendetwas mit einem neuen General in irgendeinem Paket. Ah, hier haben zum Beispiel... Hier sehen wir zum Beispiel Herausforderungs-Quest, ja. Das wäre hier Jubiläumshaus. Herausforderungs-Quest, das verbesserte Mährenwesen. Wenn man jetzt hier auf die Quest-Kette geht. Und hier, das sind eben die Herausforderungen. Und wenn ich jetzt hier auf 9 gehe, habe ich hier als Endbelohnung das Jubiläumswohnhaus. Und wenn ich jetzt hier auf 10 gehe und ganz runter die Endbelohnung, wenn ich alles schaffe, habe ich hier das verbesserte Mährenwesen. Das wäre mal okay. Also das ist gleich übernommen worden. Und was hier auch jetzt noch anders ist, also das sind die ganzen Skins, die es gibt. Und dann haben wir hier noch bei diesem Paket hier, ja. Jubiläumspaket. Was kostet das? Das kostet 15.000 Edelsteine. Hier ist auch etwas ausgetauscht worden. Hier haben wir jetzt den General Großhelm, ja. General Großhelm, das ist der da da. General Großhelm. Hier seht ihr die Stärke von diesem und ist ausgetauscht worden gegen diesen Feldlagergeneral. Wo ist denn der? Mal schauen, ob ich den gleich hier jetzt so finde. Da. Gegen diesen ist er ausgetauscht worden, ja. Feldsanitätergeneral. Wenn ich das jetzt da zeige, das ist das 1922er Jahr. Und hier haben wir das Kölner. So. Noch ein wenig. Da. Da war es der Feld Sanität der General, ja. So schaut das jetzt hier mal aus. Was mich jetzt doch interessieren würde, ist, weil ich es jetzt hier gerade sehe. Siedler Hauptquartier. Hier war es in der Herausforderungsquest, komischerweise. Hat es aber auch hier gegeben, in der Communityquest als Belohnung. Und hat es aber auch heuer, muss ich mal schauen, was heuer dabei steht. So, wo ist es? Habe ich es jetzt übersehen, oder? Ah, spinne ich es jetzt, oder wie? So. Da haben wir, da haben wir. Okay. Aha. Das ist da jetzt gar nicht mehr dabei. Witziger. Okay. Es ist ja eigentlich so, dass wahrscheinlich hier jetzt auch dieses nicht mehr dabei ist. Ja, also in Merkel-Fabrik haben wir da. Und dann der Zauber-Babylon. Das sind alles Deko-Dinger. Deko-Dinger. Aber diese Siedler, witziger, hier haben wir, also das ist im 22 Jahr, haben wir noch diese Siedler Hauptquartier. Ähm, da war es noch in der Herausforderungsquest. Dann wird es das hier wahrscheinlich in der Belohnung hierherom neu auch nicht mehr geben. Also wie gesagt, ich habe das hier vom UV, vom UV-Event Test-Server 23 übernommen. Und hier passt irgendwie alles mit dem Quizbuch kaum zusammen, ja. Das einzige, was hier so zusammenpasst, ist das. Ähm, das hier passt nicht mit den 15, hier auch nicht. Ähm, und hier herum ist auch, passt auch eigentlich nicht so richtig irgendwas zusammen. Das kann ich alles erst am Montag richtig angeben, ähm, wenn hier dann eben das Event anfängt. Soviel nun einmal dazu. Ähm, ich wünsche euch einen schönen Start für das Jubiläumsevent. Ähm, und wie gesagt, es tut mir leid, dass ich euch hier leider keine genaueren Angaben geben kann. Ähm, es passt eigentlich mit dem Entwicklerhandbuch nicht zusammen, denn da steht was anderes. Ich kann es, wäre es jetzt auch beim Kaufmann, nicht unbedingt ändern. Ich werde jetzt nicht hinten dazu schreiben, wo man etwas bekommt, denn, ähm, ich möchte das erst dann bei Start sehen, wie, ob das wirklich Hand und Fuß hat, was dort auch steht. Ähm, denn ich bin mir nicht mehr so sicher. Ähm, es war schon so oft jetzt der Fall, dass diese Angaben falsch waren. Ähm, und ja, daher warte ich lieber am Montag ab. Ob jetzt hier diese, ähm, weiterführende Belohnung stimmt, weiß ich jetzt nun auch nicht. Ähm, ich lasse es einmal so stehen. Wenn es passt, dann bleibt das so. Wenn es nicht passt, dann kann ich das spätestens dann ändern, wenn ich es spiele, ja. Jetzt kann ich euch nur noch wünschen einen schönen Start in das Jubiläumsevent am Montag. Jetzt kann ich euch nur noch. Vielen Dank.